Über unser wichtigstes und größtes Versorgungsorgan reden wir in der Regel viel zu wenig. Über den Darm. Dabei hat es doch wirklich verdient. Denn der Darm ist letztendlich die zentrale Versorgungsstelle. Dort werden die Nährstoffe aufgenommen, zerkleinert, zerschnitzelt und werden dem Körper bereitgestellt. Und letztendlich all das, was wir nicht brauchen, wird dort entsorgt. Das heißt, es ist quasi unser Versorgungs-, unser Supermarkt, so kann man es beschreiben, für all das, was der Körper so benötigt. Und er stellt es uns bereit, einer wahnsinnig hohen Qualität, aber immer nur dann, wenn er richtig funktioniert. Und warum es ihm gut geht und wie es ihm gut geht, dafür habe ich meine Top 5 zusammengestellt, welche Lebensmittel und welche Strategien ihr anwenden solltet, damit der Darm so richtig im Mittelpunkt eures Lebens bleibt. Tipp Nummer 1. Ausgewogene, vielfältige Ernährung. Die ist deswegen so wichtig, damit der Darm all das bekommt, was er zum Leben braucht. Und das erste, was man hier anführen kann, ist Ballaststoffe. Etwa 80 Gramm braucht der Körper davon jeden Tag und Ballaststoffe reinigen den Darm, nehmen all das mit, was nicht genutzt wird, damit es doch nicht liegen bleibt. Denn das ist eines der größten Probleme, dass häufig der Darm so ein wenig versumpft und versuppt. Mit Ballaststoffen passiert das eben nicht. Darüber hinaus braucht der Darm vielfältige Darmkulturen. Also es ist eine Multikulti-Gesellschaft, Diversität ist hier auch im Darm gefragt. Und die bekommt man am besten eben durch Bakterienkulturen, vielfältige Art in den verschiedensten Lebensmitteln. Sehr viel Gemüsesorten, Brokkoli, gerade grünes Gemüse, Rosenkohl oder ähnliche Dinge wirken hier Wunder. Und zum Zweiten braucht der Darm Magnesium, wie Bananen. Auch hier ist Brokkoli eine wunderbare Quelle, denn es ist wichtig dort für den Zellstoffwechsel, damit optimal die Nahrung verarbeitet werden kann. Also auch der Darm braucht gesunde Ernährung. Und am besten immer etwas anderes, damit die Kultur, die verschiedenen Kulturen immer auch entsprechend ihrer Bedürfnisse versorgt werden. Tipp Nummer 2, langsames Essen und Kauen. Slow Food, so als Gegentrend zum Fast Food. Was heißt das? Meine Oma hat immer gesagt, Junge, du musst 30 Mal kauen, damit das alles wunderbar vorbereitet ist. Genauso würde ich mir das wünschen, vielleicht nicht 30 Mal, aber 15 bis 20 Mal einen Bissen dann wirklich durchzukneten und durchzukauen. Und macht Sinn, weil es da mit dem Speichel schön schon durchmischt wird. Die ersten enzymatischen und verdauenden Prozesse finden statt. Hilft vor allen Dingen weniger Luft zu schlucken. Das hektische Essen, so eben mal nebenbei, wisst ihr, produziert ja Blähungen. Das bedeutet also, Slow Food für den Darm macht Spaß. Tipp Nummer 3, Bewegungszeiten erhöhen, Sitzzeiten reduzieren. Warum? Weil natürlich die Inaktivität des Körpers auch die Inaktivität des Darms herausfördert. Gerade wenn man lange sitzt, wird die Blutung abgeschnürt. Das könnt ihr euch vorstellen, gerade da unten im Bereich, wenn Hüftgelenk gebeugt ist. Darüber hinaus ist eben die Inaktivität eine Stoffwechselreduktion. Und das heißt auf der anderen Seite auch, dass die gesamte Peristaltik, so nennen wir das, also die Muskelbewegungen des Darms, deutlich reduziert werden. Und so bleibt die Nahrung viel länger dort an Ort. Der Darm wird träger und dementsprechend werden die Verdauungsprozesse deutlich verlangsamt. Heißt also, Bewegung und Sport hilft auch dem Darm und vor allen Dingen eine Reduktion der Sitzzeiten. Fördert natürlich die Blutung und damit klappt es auch mit der Verdauung. Tipp Nummer 4, ausreichend trinken. Denn ihr könnt euch vorstellen, dass der Darm nur dann optimal funktioniert, wenn alles reibungslos dort vonstatten geht. Und das braucht Flüssigkeit. Genau wie bei Motor, Kolben und Zylinder miteinander nur reibungsfrei laufen, wenn dort ausreichend Flüssigkeit ist. Genau das Gleiche passiert im Darm. 30 ml pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag sollte es sein. Am besten Wasser. Weil Alkohol führt auch dazu, dass Magentätigkeit deutlich reduziert wird. Und insofern heißt es, viel Wasser über den Tag verteilt trinken, damit die Flüssigkeit im Darm auch ankommt, um alles schön breich zu halten. Und insbesondere, wenn ihr viel Ballaststoffe konsumiert, muss sogar die Trinkmenge etwas erhöht werden, damit diese Zähne und Trägen, zum Beispiel Pflanzenrückstände, wirklich schnell aus dem Darm verschwinden und dementsprechend alles entsorgt wird, was da nicht hingehört. Wie ein Wasserfall so durch den Darm rauscht. Tipp Nummer 5, Entspannung und Stress reduzieren. Eins kann der Darm nämlich wirklich auch nicht vertragen, das ist Stress. Viele von euch haben vielleicht schon mal das Wort des Reizdarms gehört und dann erkennt man schon, ja, auch der Darm hat ein Gehirn, ein Gedächtnis. Er merkt, wie es uns emotional geht. Und dementsprechend Entspannungsmethoden tief durchatmen, Atemtechniken anwenden. Haben wir übrigens auch schon ein wunderbares Video zugemacht. Und darüber hinaus natürlich dann so ein bisschen auch sich manuell helfen. Streich doch ruhig mal so eine kleine Bauchmassage. Immer im Uhrzeigersinn übrigens, weil genau so der Darm verläuft. Das heißt also durch leichten Druck auf die Bauchoberhaut liegend dann, wenn ihr auf der Couch liegt, mal so ein bisschen Druck auszuüben. Ist eine richtige, wunderbare Wellnessmassage auch für den Darm. hilft ein bisschen die Trägheit auch zu minimieren und entspannt den gesamten Magen-Darm-Trakt und den Bauchraum, der ja tagsüber ziemlich angespannt ist. Also auch der Darm braucht Entspannung. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann klickt vor allen Dingen mal durch unsere Videos, denn da findet ihr ganz viele andere Tipps auch rund um den Darm. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen Dank.